Die Farm blühte jetzt auf und war besser organisiert. Sie war um zwei Äcker vergrößert worden, die man Mr. Pilkington abgekauft hatte. Die Windkraftanlage war schließlich mit Erfolg fertiggestellt worden, die Farm besaß eine Dreschmaschine, einen Elevator und es waren auch noch weitere Gebäude errichtet worden. Wimper hatte sich einen eleganten, zweirädrigen Wagen gekauft. Das Windrad allerdings wurde schließlich nicht dazu verwendet, elektrische Kraft zu erzeugen, sondern zum Malen von Korn, was einen recht ansehnlichen Nutzen in barem Geld einbrachte. Die Tiere arbeiteten hart am Bau eines anderen Turmes für einen Windmotor, nach dessen Vollendung angeblich ein Dynamo eingerichtet werden sollte. Doch all die Üppigkeit, von der Schneeball einst die Tiere träumen gelehrt hatte, die Ställe mit elektrischem Licht, heißem und kaltem Wasser und die Drei-Tage-Woche, wurde nie mehr erwähnt. Napoleon hatte solche Ideen als dem Geiste des Animalismus zuwiderlaufend erklärt. Das wahre Glück, sagte er, liege in harter Arbeit und genügsamem Leben. Irgendwie hatte man den Eindruck, als sei die Farm reicher geworden, ohne die Tiere selbst reicher zu machen. Ausgenommen natürlich die Schweine und die Hunde. Vielleicht lag das teilweise daran, dass es so viele Schweine und so viele Hunde gab. Nicht, dass diese Tiere nicht auf ihre Art gearbeitet hätten. Es gab, wie Quickschnauz nicht müde wurde, zu erklären und endlich viel Mühe mit der Überwachung und Organisation der Farm. Viel von dieser Arbeit war für die anderen Tiere zu schwer verständlich. So erzählte ihnen Quickschnauz, dass die Schweine jeden Tag eine gewaltige Mühe an Dinge wenden mussten, die Akten, Rapporte, Protokolle und Memoranden hießen. Das waren breite Stücke Papier, die mit Buchstaben bedeckt werden mussten und sobald das geschehen war, im Herd verbrannt wurden. Das sei für die Wohlfahrt der Farm von höchster Wichtigkeit, sagte Quickschnauz. Doch weder Schweine noch Hunde produzierten durch ihre Arbeit irgendwelches Futter und es gab ihrer viele und die Appetit war immer gesegnet. Was die anderen anlangte, verstrich ihr Leben, soweit sie es beurteilen konnten, wie es immer verstrichen war. Sie waren zumeist hungrig, sie schliefen auf Stroh, sie tranken aus dem Teich, sie arbeiteten auf den Feldern. Im Winter plagte sie die Kälte und im Sommer plagten sie die Fliegen. Manchmal martete die Älteren unter ihnen ihr verschwommenes Gedächtnis und sie versuchten festzustellen, ob es in den frühen Tagen der Revolution, kurz nach der Vertreibung Jones, besser gewesen sei oder nicht. Aber sie konnten sich nicht erinnern. Es gab nichts, was sie mit ihrem jetzigen Leben vergleichen konnten. Sie konnten sich nur an Quickschnauz Ziffern halten, die unabänderlich bewiesen, dass alles jetzt immer besser und besser gehe. Die Tiere fanden das Problem unlösbar und jedenfalls hatten sie nur wenig Zeit, solchen Fragen nachzugrübeln. Nur der alte Benjamin behauptete, sich an jede Einzelheit seines langen Lebens zu erinnern und zu wissen, dass die Dinge niemals viel besser oder viel schlechter gewesen seien und sein könnten. Hunger, Plackerei und Enttäuschung sei, so sagte er, das unbeugsame Gesetz des Lebens. Hunger, Plackerei und Enttäuschung sei, so sagte er, das unbeugsame Gesetz des Lebens.